So wie Kiottschelt an König Bloadliks Seite unser Reich verteidigt hat, haben die Zwerge immer schon zum Zweiten gekämpft. Trauerwächter, wählt euren Partner, denn ihr tretet gegen Lord Davianigvorni und Oleneff an. Wer als letzter noch steht, ist der Sieger. Kämpft! Die Zwerge ist der Sieger. Die Zwerge ist der Sieger. Die Zwerge ist der Sieger. Oh mein Gott! Sieger ist der Graue Wächter!